und heute kommt zur wahrscheinlich letzten folge von minecraft pvp event mit eurem team boomer hier habe ich weiß kurz offen weil sonst hätte die folge wieder so lange gedauert und jetzt haben wir beide ein schweb viel schwer hat aber sonst nichts passiert man nur fünf minuten oder so wollen wir hochgehen ja aber ich nehme mal lieber trotzdem ein bisserl was mit falls wir uns noch zu bauen müssen den rest lasse ich alles mal da als projekt doch noch länger geht ja ich bin trotzdem mal alles mit die öfen sind ja egal weißt du noch was lang geht oder wollen uns hoch bauen ich würde sagen wenn wir uns hoch bauen die ganze zeit sneaken ich bin so aufgeregt 2 gegen 1 nehmt direkt schon mal das schwert in die hand und bitte nicht mich klagen wo ist der spawn ich glaube in die richtung mein herz pocht voll alter achtung spinne da hinten ist der spawn wo wie wir das übersehen konnten ja diese lichter warte mal kurz immer hinter dich schauen ob irgendjemand von hinten kommt ja aber der kredit uns dann machen von unten kredit man immer ja aber wir gucken nur so dass sie uns nicht sehen auf dem spawn wenn wir wissen wenn wir sehen wo er ist dann sneaken ja dann wir haben spawnen kampf situation darfst du nicht benutzen immer gesagt das sei dass die nether sind vielleicht sein oh gott ich glaube der hat uns gesehen aber nur er halt doch auf wir sollen nicht da hinten ist er da ist auf der plattform oben ne da läuft er doch da hinten warte von wegen full die ja kommen wir müssen drauf gold apfel snacken ok drauf alter ich bin so aufgeregt jawoll warte kurz warte kurz ich habe aufgehört ich habe aufgehört ich habe aufgehört aufgehört ich habe mich glaube ich mache aufgehört ich habe aufgehört ich habe schon Aber sind die alle nicht weg? Ne, gell? Was? Pack alles einfach rein, was du nicht mehr brauchst, so. Schutz. Der hatte einfach nur Schutz 1. Ich hatte auf meinem Diablos-Panzer Schutz 2. Ich hatte Schutz 1 auf meinem Diablos-Panzer, aber dafür hatte ich auf meiner Hose Schutz 2 und auf meinen Schuhen Schutz 2. Das war leider echt lame. Mein Gott, mir hat seine Diamantische Tag auf Effizienz verzaubert. Nein, oder? Tepe, Prof. Pingo mal zu uns. Wieso hatte der 5 Diamanten nicht... Das war ich. Okay. Gut, Leon. What the fuck? Hä, wo sind die? Du hast... Ich bin auswärtig zu ihm gegangen. Dann kannst du dich zu mir tippen. So, dann mach ich's echt. Gott, das Ende war so lame. Hä, woher hat er die Sachen? Ich weiß nicht. Ja, wir werden wahrscheinlich auch demnächst schon wieder ein neues Projekt starten, oder? Ja. So cool. Hör doch auf. Lass ihn jetzt mal. Bitte. So geil. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Sei in fucking ernst. Ich mach einfach ihn mit einem Schlag kaputt. Und ich hab nicht mal ein halbes Herz verloren. Weißt, er hatte so kack Sachen, aber ein Wither Skelettschädel. Warte kurz. Oh, ich brenne selber. Das klappt. Hey, fucking ernst. Das macht irgendwie Spaß, so der Herrscher zu sein. Wie können... Ey, komm. Lasst jetzt alles ein. Also, ich hoffe euch hat das Projekt gefallen. ich fand es auf jeden fall sehr spannend es war leider jetzt ein lames ende wenn mark wahrscheinlich dabei gewesen wäre es cooler gewesen aber wir hatten anscheinend auch das beste equip thema ist heute morgen oder gestern abend war er on und dann ist er in lava gefallen und ja und mark ist morgen anscheinend irgendwo runter gefallen und vincent hatte anscheinend nur reisenrüstung das ist ja schon gut aber er hatte auch nur schutz 1 nein mein ganzes zeug nein das noch einen endkampf machen und ich hoffe ich hat es gefallen bis zum nächsten projekt team boomer hero tschüss